Vibes! 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 Conquer Vibes! Ja, es ist gewollt, Vibes! Hallo! Grüß Gott! Da sind wir wieder! Dominique und Daniela! Ja, was? Nein, hi! Hi! Ich habe jetzt endlich ein Gamepad, denn das werde ich jetzt brauchen. Ich habe es mal extra gekauft. Boah, krass, Schaffir, 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 die 41 Sekunden Spielzeit noch. Ja. Das werden wir jetzt dann bald brauchen. Uh, das vibriert so schön. Das freut die Frau. Jetzt kann ich aber auch das hier machen. Jetzt kann ich nämlich... Na? Genau. Hihi! Ich kann schleichen, wenn ich ganz vorsichtig bin. Aber okay. Genug rumgespielt. Äh, ich will zum Ausgaben. Ich rutsche aber etwas so Control-Stick ab, merke ich gerade. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Mit deinem fettigen Finger. Das gibt dir gleich. So. Ah, ein Leben. Ich will leben. Ich glaube, wir müssen jetzt das nächste Mal zum Bienenstock jetzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, das war aber echt übers Rutschig. Ich glaube, ich tue das mal ein-mehlen. Ich bin mir jetzt mal ein-mehlen-mehlen. Oh. Dürfte das der Ausgang sein? Äh, es ist der Ausgang. Zumindest beim Pool-Land hier. So, ja, theoretisch haben wir alles, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt genau passiert. Aber ich glaube, wir müssen jetzt entweder... uns einschreiben für einen Krieg, oder wir müssen... Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Ich habe es geschafft. 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 Okay, okay. Aber was ist es für mich? Money? Ich habe es geschafft. Ja, aber es muss sein. Double? Okay. Trouble. Trouble. Okay. Get my heart back. Okay. I'll get it back. Where is it? Just follow the signs again. But you'll have to go a bit further. It was a deep insurgency mission this time. It won't be as easy as I can tell you. Really? Deep insurgency. Hmm. Quadruple. What? Oh, well, okay. Fair enough. Oh, hey, look. That looks quite nice over there. I think I'll go over here. Okay, okay. Come back. Quadruple. That'll be $200. Hang on, Snake. My mask is not that good. But I seem to think it was $400. Oh, good. Come on, Nuts. Editorie? Ja. Können wir das ja ändern. Lehre des Editierens. Oh. Editologie. Oh, Editologie. Oh, jetzt dürfen wir schon ballern, was das Zeug hält. Schon gut, dass ich hier für'n Joypet habe. Wobei, ich mich jetzt bei dem Joypet noch ein bisschen einfinden muss. Ist doch trotzdem, auch wenn's jetzt besser wird, eine Umstellung von der Tastatur. Klar, erstmal dran gewöhnen. Ja, vor allem, weil das beim Schießen, da muss ich jetzt ein bisschen anders vorgehen als damals noch beim. Boah, Füge euch. Es ist wie Lucky Luke, du musst du ihn mal anbauen. Ah, ah. Ja, aber da überwesst du das, ja. Boah, das ist voll schwer, Alter. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wenn ich getroffen werde, darf ich alles nochmal machen. Das war knapp. Unter dir. Zurück im Westen. Langsam wurden es viele. Ja. Ja. Sag mal. Ich treffe nichts mehr. Wenn du immer gedubbelt rumschießt, triffst du. Ich weiß nicht. Okay, das macht gut. Ich weiß nicht. Du bist so hoch. Bitter du. Sticht sie gleich. Ach. Ja, wenn sie rot sind, stich sie dich. Mach hier mal Radar. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss das konzentriert. Ja, sehr gut. Ich habe die echt aufgenommen. Ich glaube... Hey, was weiße Leute versuchen, zu steilen, wieder ein neues Hive. Das ist der gleiche kleine Mastur. Kommt, Leute. Willst du ihn wieder? Lass ihn, Boss. Ja, lass ihn. Lass ihn wieder. Lass ihn wieder. Lass ihn wieder. Ja, ich wollte gerade sagen. Hast du mich nicht letztes Mal, weil er erschossen ist? Jetzt ist es natürlich mit Gamping schwerer als eine Tastatur, weil ich jetzt wirklich auf raus schlacken bei uns. Ständig. Die Kamera macht mir gerade keine Freude. Oh, hallo? Sehr schön. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt, wo du rauskommst. Ich hoffe, ich komme jetzt hier raus, aber ich will das nicht nur mal durchballern, ehrlich gesagt. Das wäre ziemlich... Du kommst? Ah, okay, aber ich kann es jetzt wieder nehmen. Sehr gut. Ja. Du hast ja noch drei Versuche. Ja. Sag mal. Das ist ja gar nicht stechend worden. Ja. So schön. Du hast ja auch einen Kanal. Und schon mal, die du aus und in die Karte gehst. Du bist jetzt zu stark. Du hast ja auch einen Kanal. Du wirst ja gar nicht aufllo, weil du so bist, wie es jetzt zu machen ist. Das ist jaああ. Und du hast ja auch einen Kanal. Ich meinst die dritten Mal. Ich meinst die dritten Mal. Ah, gleich hab ich's geschafft! Ich hab ja schon mal geliebt, dass ich Krippen verloren hab. Und danach geht's in den Krieg! Krieg an die Front! Mahlzeit! Die ist ja gut. Ah ja. Wieso hab ich das grad nicht geklappt? Das ist ne gute Frage. Jetzt können wir noch Ruhe her. Ich hab das. Bullsuckers. Ouch. Danke, Mr. Skrull. Once again, I would like to thank you for your good service and noble contribution to the bee community. Ich zeige dir, ich euch mit diesen... Hey! Was ist das für uns? Oh! Einige von uns holen! Oh! Aber wir haben 400 Dollar. Ja, muss man tun. Ich hoffe, das ist das letzte Ding, das passiert uns. Was könnte jetzt passieren? Das ist doch wunderbar, ja. Ja, das ist ja, was ist... Da, du bist ja... Ja. Und dann, du bist ja...